Diese Woche bei Mythenjäger. Es gibt einen bekannten Mythos namens John Pork. Es handelte sich dabei um ein Instagram-Profil, das von irgendeiner Person geführt wurde, der sich als John Pork einer Mischung aus Halbmensch, Halbschwein ausgegeben hat. Doch die Sache nimmt eine dramatische Wendung, denn jede Person, die von John Pork angerufen wird, wird kurze Zeit später vermisst gemeldet. Ob die Vermisstenanzeigen im Zusammenhang mit John Pork liegen, ist nicht offiziell bestätigt. Aber es gibt sehr viele Indizien dafür. Deswegen raten wir Ihnen bei Mythenjäger, wenn John Pork sie anruft, gehen Sie nicht ran. Jo Leute, was geht? Freunde, heute haben wir wieder einen neuen Mythos in GTA 5. Und zwar dreht es sich heute nämlich um John Pork. Das war quasi ein Meme, Leute, das vor ein paar Monaten noch ziemlich fame war. Und jetzt kommt es irgendwie zurück und wir werden diesen komischen Menschen, der irgendwie eine Art Influencer ist, aber irgendwie auch einfach nur ein Mensch, der wie ein Schwein aussieht, den werden wir heute in GTA 5 suchen. Und deswegen haben wir uns als allererstes hier auf eine Farm begeben, Leute. Wir sind nämlich auf der Farm von Sandy Shores momentan. Und wir gucken mal nach, ob jemand John Pork kennt oder ob jemand weiß, wo man ihn vielleicht finden kann. Und ich glaube, Leute, wen kann man am besten fragen als den Bauer des Vertrauens. Und zwar den Bauer Heinrich, natürlich, Leute. So, Hallöchen, ich bin hier. Hallo, so, Moment. Hier sind aber gar keine Schweine. Warum sind denn hier nur Kühe? Leute, vielleicht müsst ihr alle mal einen Like da lassen. Vielleicht spawnen dann aus dem Nichts Schweine. Und John Pork, probiert es mal aus, Leute. Es wird auf jeden Fall irgendwas passieren in diesem Video, wenn ihr jetzt auf Like drückt. Also, drückt jetzt auf Like-Button. Drei, zwei, eins und... Warte mal kurz. Hier sind keine Schweine. Was ist hier passiert? Okay, das war ziemlich weird, Leute. Ich weiß jetzt auch gerade nicht, was passiert ist momentan. Wir fragen einfach mal vielleicht einen, der Bauer... Ey, Leute, sorry, ist Bauer Heinrich da? Ja, der ist da hinten in der Scheune. Kühe melken und so, weißt du. Was willst du von ihm? Das ist Privatsache. Das ist so eine kleine Sache. Ich wollte fragen, wann die nächste Milchlieferung kommt. Okay, dann gucken wir mal hier rein, Leute. Wo ist denn der Bauer Heinrich? Hallo? Hallo? Ist er... Ist er... Oh, warte. Ich glaube, das ist er, Leute. Der sieht nach Bauer Heinrich aus. Hey, na? Äh, nette Farm hast du hier. Und, äh... Warum liegt die Kuh dort? Ich glaube, sie schläft, ne? Oh, hallo, Reisender. Was gibt's denn? Die Kuhmilchlieferung ist gleich fertig. Heute ist Sonderangebot. Äh, ähm, nee, ich bin eigentlich nicht wegen der Milch hier. Ich bin wegen... Wegen was anderem hier. Und zwar, äh... Wo sind die ganzen Schweine, die sie haben? Ja, ähm, ähm... Es gab so eine Art, äh... Schweinegrippe. Ja, genau. Das war die Schweinegrippe. Und, äh, seitdem darf ich keine Schweine mehr halten für die nächsten paar Monate. Tut mir leid. Okay, ähm, wissen Sie vielleicht irgendetwas von diesem John Pork? Hör mir zu, Kleiner. Nimm dieses Wort bitte nicht mehr in den Mund. Bitte, lass es sein. Warum denn? Ist irgendwas passiert? Bitte, du musst jetzt gehen. Und das Angebot mit der Kuhmilch gibt's auch nicht mehr. Die Milch ist alle. Okay, alles klar. Ähm, das war jetzt so jetzt. Also, Bauer Heinrich hat sich sehr, sehr krass verändert, nachdem ich ihn darauf angesprochen habe. Wo sind die ganzen Schweine? Leute, es muss hier wahrscheinlich irgendwas Krasses passiert sein in der Vergangenheit, dass er nicht über John Pork reden will. Aber er kennt ihn. Das ist das Wichtigste. Er kennt seinen Namen. Okay, vielleicht gucken wir uns mal um. Vielleicht finden wir ja irgendwo auf dieser großen Farm irgendwo ein Schwein. Und vielleicht ist es ja John Pork. Weil auf Englisch übersetzt heißt ja Pork Schwein. Also, das sollte ja eigentlich ganz easy passen. Hallo, John Pork. Ist hier irgendwo John Pork? John Pork. Hallo. Schweinchen John. Peppa Pig. Peppa Woods, bist du hier? Oh, warte. Da sind ein paar Schweine. Da ist die Schweinefarm. Oh mein Gott. Vielleicht ist einer davon ja John Pork. Hey, Hallöchen. Ist hier einer von euch John Pork? Hallo. Heißt du vielleicht John Pork? Hallo. Nein. Wahrscheinlich nicht. Okay. Dann vielleicht seine Freunde. Oder er führt mich gerade zu ihm. Ey, alles gut, Bruder? Führst du mich jetzt zu John Pork? Okay, wir müssen es nur lange genug probieren. Es wird, Leute, bestimmt bald passieren. Oh, du bist bestimmt John Pork. Hallo. Sind sie John Pork? Hallo. Ich meine ihr Gesicht. Was war das gerade für ein Geräusch? Okay, Leute, ich glaube, wir bleiben einfach, bis es nachts ist, hier. Okay, ich habe jetzt schon wieder ein paar Stunden abgewartet. Immer noch kein Zeichen, kein Lebenszeichen von John Pork, muss man sagen. Hey, oh, Heinrich. Was gibt es denn? Bist du immer noch auf der Suche nach, du weißt schon wem? Ja, ich muss ihn treffen. Es tut mir leid. Ich muss in diesem Video ihn treffen. Was ist passiert? Ich kann dir die Story leider nicht erzählen. Aber was auch immer du tust, geh nicht ans Telefon. Er kommt. Ich muss los. Hey, wo muss er hin? Hallo, ich... Wo ist er hingelaufen? Hey. Warte mal, Leute. Ich glaube, ich müsste Sachen mal ein bisschen auf den Grund gehen. Das kann nicht sein. Da warten wir noch ein kleines bisschen. Leute, ich glaube, wir warten noch ein bisschen. Wenn er sagt, er kommt, dann müsste er gleich da sein. Okay, Leute. Ich habe jetzt hier eindeutig den ganzen Tag verbracht, um nach John Pork zu suchen. Ich gehe einfach mal kurz zu Bauern, Heinrich. Vielleicht er noch ein bisschen Milch für mich. Aber anscheinend irgendwie traut er sich heute nicht. Okay, da würde ich sagen, es ist hier ziemlich dunkel geworden. Warum liegt hier eine Kuh? Hallo? Leute? Ist hier irgendwas passiert? Ähm. Äh, Leute. Was ist hier? Oh mein Gott. Es hat die Leute erwischt. Die Leute habe ich doch gerade vor ein paar Stunden erst gesprochen. Bauer Heinrich? Heinrich? Wie geht es dir mit... Bauer Heinrich? Heinrich? Nein! Leute. Ich glaube, das war er. Darf man seinen Namen noch sagen? John Pork? Oh mein Gott, ich habe das Geräusch gerade gehört. Leute, ich bin hier raus. Ich bin hier raus. Ich bin hier raus. Ich bin weg. Ich bin auf jeden Fall weg, Leute. Oh mein Gott. Wir gehen so schnell, es geht nach Hause. Oder weißt du was? Ja. Wir gehen einfach zu Michael. Ich glaube, da fühle ich mich relativ sicher, Leute. Ich habe das nämlich ziemlich Angst, dass John Pork gleich kommen wird. Leute. Wisst ihr, wer mich gerade anruft? John Pork. Warte mal kurz. Was hat der Typ gesagt? Ich soll nicht rangehen. So. Ich gehe auf jeden Fall nicht ran, Leute. Ich gehe nicht an diesen Anruf ran. Ey, der ruft mich schon wieder an. Nein! Ich gehe nicht ran, Alter. Vergiss es. Vergiss es. Okay, Leute. Hier sind wir in Sicherheit. Bei Michael zu Hause. So ist es, Leute. Okay. Michael. Hey. Ah, Amanda ist zu Hause. Immerhin, Leute. Und sie gucken Fernsehen. Wie nice. Oh, Leute. Er ruft schon wieder an. Ich gehe da nicht ran. Vergiss es. Ich gehe da nicht ran. Nein. Nein. Ich gehe auf jeden Fall nicht an die Nummer von John Pork rein. Vergiss es. Michael. Bro. Bist du zu Hause? Wo bist du eigentlich? Hey. Hallo? Okay. Er scheint nicht zu Hause zu sein. Alles klar, Leute. Hey. Jetzt ruft mich jemand anders an. Unbekannte Nummer. Warte. Das könnte vielleicht Michael sein, der verloren gegangen ist, weil er sein Handy verloren hat. Das könnte alles sein. Ich gehe mal ran. Oder ist es John Pork? Äh. I don't know. Ich muss jetzt rangehen, Leute. Soll ich rangehen oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. Jetzt. Rangehen oder nicht rangehen. Ähm. Ich muss mich entscheiden. Äh. Leute. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich glaube, ich gehe ran. Hallo? Wer ist da? Ich weiß, wo du wohnst. Und ich komme dich holen. Meinen Namen kennst du ja schon. Du hättest mich nicht rufen sollen. Bis gleich. Was? Leute. Das war nicht Michael. Das war John Pork. Warte mal kurz. Der Farmer hat gesagt, wir sollen auf keinen Fall rangehen. Das war ein Trick. Das war ein Trick von ihm. Der hat sich wie ich dreimal mit seiner Nummer angerufen. Und jetzt hat er mich mit Unbekannt angerufen. Ich dachte, das wäre Michael. Oh mein Gott. Leute. Das ist, äh. Ich laufe mal wieder weg. Ich hau ab. Er sagt, ich weiß, wo ich wohne. Wir müssen einen Job retten, Freunde. Wir müssen einen Job retten von John Pork. Okay. Ich nehme das BMX. Sorry, Jimmy. Ich weiß, es ist dein Fahrrad. Das hast du ja teuer erarbeitet. I know. Aber ich muss jetzt schnell nach Hause. Ich muss den Job retten. Okay. So. Da wäre ich, Leute. Job. Bist du da? Hier ist alles normal. Hier sieht alles normal aus. Ich muss hier raus. Job. Job. Bitte. 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 Ich hoffe, er hat dich nicht abgechoppt. Job. Bist du da? Job. Bist du Job? Job. Schläfst du? Bist du zu Hause? Job. Job. Da bist du ja. Ich habe mir so Angst gemacht, ey. Ich glaube, John Pork kommt jeden Moment, oder? Weißt du was? Du bist ein guter Hund. Du weißt, wie man beißt, ne? Du weißt es. Leute. Er wird mich beschützen. Er wird mich von John Pork auf jeden Fall beschützen. Dann warten wir jetzt noch ein bisschen ab. By the way, Freunde. Falls ihr mehr davon sehen wollt und ihr auf jeden Fall einen zweiten Part haben möchtet mit John Pork in GTA 5, smash den Like-Button, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und als allerwichtigste, drückt auf den Abo-Button. Wir sind auf dem Weg zu 1,2 Millionen Abonnenten. Wenn wir das schaffen, Leute, die eine Million und Viertelmillion zusammen, dann gibt es auf jeden Fall wieder ein fettes Gewinnspiel. Also, drückt auf den Abo-Button. Okay, Leute. Ich habe jetzt hier extra ein paar Stunden gewartet und nichts passiert. Es sei denn, warte mal kurz. Er merkt... Warte, 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 warte. Es gibt so einen Mythos. Und zwar, wenn John Pork dich anruft, merkt er sich die Location, wo du angerufen wurdest. Und ich war zu dem Zeitpunkt in Michaels... Wir müssen zu Michael. Wir müssen zu Michael. Wir müssen sehr schnell zu Michael, Leute. Der denkt, dass Michaels Haus mein Haus ist. Und jetzt sucht er mich. Oh, nein. Wir haben die ganze Zeit gewartet und wir waren an der falschen Location. Ich hoffe mal nicht, dass es jetzt wirklich Michaels Haus getroffen hat. Das wäre eine Katastrophe. Oh, nein. Oh, nein, 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 nein. Leute. Bitte. Michael. 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 Bist du hier? Da ist jemand an der Decke. Ist das Tracy? Ähm. Leute, ich glaube, da klebt Tracy an der Decke. Das heißt, er war hier. John Pork war hier. Leute, das ist nicht gut. Das ist alles andere als gut. Und ich weiß gar nicht, warum ich flüster. Weil er kann mich doch über das Mikrofon gar nicht hören. Oh mein Gott. Amanda, du hast mich so erschrocken. Warum warst du hier? Amanda. Amanda. Alles gut? Amanda. Amanda. Ist das ein Geist? Amanda. Ähm. Leute. Oh. Da war sie. Da war sie, Leute. Wenn Amanda hier ist, wo ist dann John Pork? Leute, ich glaube, John Pork ist bestimmt hier, oder? Leute. Oh. Warte. Das ist er, glaube ich, oder? Ist er das? Oh. Oh. Der läuft hinter mir. Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist er, Leute. Da ist er. Lauf. 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 John Pork verfolgt mich. Okay, Leute. Schnell rüberklettern. Damit er hier nicht durchkommt. Okay. Er kommt hier nicht durch. Er kommt hier nicht durch. Er kommt hier nicht durch. Leute, das war der. Das war der. Habt ihr ihn gesehen? Der mit der Schweinesmaske? Das war doch John Pork, oder? Ich hab ihn nur ganz kurz gesehen, aber der sah halt nach ihm aus. Oh. Okay, Leute. Ich glaub, wir sind hier mal entkommen. Ich glaub, wir sind hier mal entkommen. Michaels Tore sind geschlossen. Sie öffnen sich nur für Franklin und für Michael selbst. Und für Michaels Freunde. Also für Trevor. Ah. Okay. Dann würde ich sagen, Freunde. Ich glaub, wir gehen an einen Ort, wo es ein bisschen friedlicher ist und wo wir ein bisschen entspannter sein können. Ich glaub, wir laufen zum Friedhof. Vielleicht finden wir ja irgendwie, naja, irgendetwas, das uns weiterhelfen kann. Ah. Okay, Leute. So. Da wären wir jetzt beim Friedhof. Alles ist gut, Leute. Alles ist gut. Der Typ wird uns nicht jagen. Er wird uns schon nicht jagen. So. Ah. Wer ruft denn schon wieder an? Unter unterdrückter Nummer. Alles klar. Wir gehen mal ran. Hallo? Du bist wirklich normal, als man denkt. Aber nice. Mit der ersten Täuschung wartet heute ein paar Sekunden ab und dreh dich nach vorne. Das war schon wieder er. Das war wieder John Park. Oh nein. Nein, 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 nein. Was meint er damit? Ich soll mich eben mal umdrehen. Hä? Hier ist doch keiner. Warte mal. Habt ihr es gesehen? Leute? Was war das? Habt ihr es gesehen? Ey. Da war was. Da war was. Ey. Da. Da, Leute. Da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist er. Mit dieser Maske, Freunde. Das ist John Park, ne? Das ist er. Das ist er. Okay, Freunde. Bleiben wir uns auf den Weg zu ihm. Ich werde mich ihm stellen. Ich werde mich John Park jetzt... Oh. Ich hasse das, wenn Leute sich teleportieren können. Wo ist er denn? Warte. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Hey. Wo bewegst du dich die ganze Zeit hin? Bleib doch mal stehen. Was willst du? Ey. Kann der mal aufhören, sich die ganze Zeit zu teleportieren? Was soll das? So, jetzt. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ich mach dich fertig. Ich greif dich an. Hä? Ich kann ihn nicht angreifen. Warte. Der ist da. Er ist da. Er ist da. Er ist da. Er ist da. Greif an. Leute, der ist irgendein mystisches Wesen. Okay, Freunde. Da ist er, Leute. Da ist er. Teleportierst du dich immer noch weg? Was willst du von mir? Du hast mich gerufen und ich hab dich zurückgerufen. Wieso bist du die ersten drei Male nicht rangegangen? Äh, äh, ich versteh nicht. Ich hab dich gerufen? Wann war das? Der Mythos besagt, wenn man dreimal den Namen John Pork ruft, kommt er und holt einen. Vorausgesetzt, du gehst ans Telefon und das bist du. Sogar zweimal. Das ist ein neuer Rekord. Normalerweise haben die Leute nicht mehr als einmal ausgehalten. Ähm, Mr. Pork, äh, ich glaub, es handelt sich hier um ein, um ein Missverständnis. Ich dreh hier ein Video und, äh, hier sind die versteckten Kameras, wissen Sie? Ähm, ich nehm das auf, damit ich, äh, naja, ähm, ich wollte nur wissen, ob der Mythos wahr ist. Also, ich wollte einfach nur Spaß haben heute. Was? Nur ein Spaß? Ist das dein Ernst? Warum machen alle Leute nur Spaß wegen John Pork? John Pork ist kein Witz. Na, warte! Jetzt zeige ich dir meine wahre Form. Wo ist er hin? Leute, wo... Ich glaub, Leute, wir sollten auf die Flucht gehen. Leute, ich glaube, wir müssen weg. Ich glaube, wir müssen weg. Oh. Mein. Pork. Oh, mein Pork, Alter. Ähm. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß auch nicht, ob er mich gerade verfolgt. Ich weiß nur eins. Ich brauch so schnell, es geht ein Auto. Und vielleicht kann ich ja gegen ihn kämpfen oder so. Vielleicht schaffe ich es. Irgendwie muss es doch möglich sein. Äh. Leute, irgendwie muss ich doch schaffen zu entkommen vor diesem Typen, ne? Es muss doch gehen. Irgendwo ein Auto. Irgendwo. Warte, hier ist ein Auto. Nice. Hier ist ein Auto, Leute. Das können wir entspannt mitnehmen. Okay. Machen wir mal. Okay. Ich weiß nicht, was er mit seiner wahren Form meint. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur eins. Warum haben wir eigentlich einen Stromausfall, frage ich mich gerade. Hä? Leute? Warum? Warum lauft ihr weg? Ich habe doch gar nichts getan. Hey? Warum laufen auf einmal die ganzen Menschen weg? Ähm. Soll ich sie mitnehmen, Mister? Leute, das ist jetzt gruselig. Warum laufen hier einige Menschen weg? Und wo sind die ganzen Autos, frage ich mich. Ähm. Das ist hier mehr als merkwürdig gerade. Leute, es kam wahrscheinlich von hier. Es kam von hier. Da war irgendwas. Hallo. Ähm. Ich... Ich weiß gerade nicht, ob das du bist. Äh... Hallo? Ist er hier? Oh! Habt ihr das gerade gehört? Ich habe sein Schwein grunzen und noch ein Geräusch gehört. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist er. Das ist er, Leute. Das ist eine wahre Form. Das ist... Das ist... Oh nein, nein, nein. Bitte verfolg mich nicht. Bitte. Nein, 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 nein. Nimm die anderen. Nimm die anderen. Weißt du? Ich bin hier. Nehmen Sie bitte die anderen. Da sind noch einige andere Leute, die sich freiwillig melden. Genau. Er läuft einfach durch. Er läuft einfach durch. Er läuft einfach durch Menschen durch. Okay. Alles klar. Weißt du was? Sollen wir jetzt versuchen, gegen ihn zu fahren? Sollen wir jetzt probieren, er anzugreifen? Leute, wir kämpfen jetzt gegen Dr. Pork. Äh, nee, ich meine, warte mal. Dr. Bob. Warte, falsches Format hier. Äh, wir kämpfen jetzt gegen Dr. John Pork, meine ich. Dr. Pork, ey. Das klingt auch ziemlich nice. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Da war was dran. Da war was dran. Da war was dran. Okay. Wir fahren noch ein bisschen. Jetzt drehen wir um. Und jetzt, Leute, mit Vollgas. Attacke auf John Pork. Hier. Nimm das, John Pork. Ja. Genau. Let's go. Leute, das wird ja niemals überstehen. Das wird ja niemals überstehen. Wir kämpfen gegen John Pork. Juhu. Let's go. Nimm das, Alter. Nein, nein, nein. Oh, nein, nein, nein. Er hat mein Auto, er hat mein Auto, er hat mein Auto erwischt. Er hat mein Auto erwischt. Hier, nimm das, John Pork. Nimm das. Oh mein Gott. Oh mein. Oh nein. Oh nein. Nein. Oh. Okay. Ähm, Leute, ich glaub, wir machen hier erst mal Pause. Wenn ihr auf jeden Fall Part 2 haben wollt, dann schreibt Part 2 in die Kommentare. Lasst unbedingt ein Like da, wenn ihr mehr von John Pork in GTA 5 sehen wollt. Alter, seine ultimative Form ist richtig gruselig. Wenn ihr sie auf jeden Fall öfter sehen wollt, ihr wirst was tun ist für Part 2. Part 2 in die Kommentare. Liken und abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. All dies raus und rein und ciao.